was geht leute willkommen zu einer neuen folge von ich hoffe du bist wieder mit dabei leute fortnet wird gerade richtig heiß erdbeben war da leider habe ich es verpasst aber es kam ein erdbeben wie jede stunde habe ich mitbekommen und wir haben natürlich die neuen mosaik aufträge von odyssey also grad also die season die season sage ich doch die season fängt langsam richtig krass an das kann ich sagen brutale abonniert aktiviert die glocke lasst eine bewertung da schaut unten in der video beschreibung da ist alles verlinkt immer diese graberei das wird wieder was ich nehme aber erst mal eine waffe damit keiner nervt wie sie der wird noch wissen was stimmt die mosaikteile kommen ja auch noch die droppen ja hier ist aber noch eine da easy hier ist schon wieder einer ja genau du brauchst nicht schreck werden ey ich bekomm dich auch so oh oh interessant 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 ich ja ja was war jetzt let's go schade der schaut nicht mehr zu der ist direkt abgehauen direkt ich hab den gesehen hab den gesehen kollege du bist falsch gekommen tut mir leid man jetzt kommt der andere der hat sich selbst genommen so ein volltrottel ey ich weiß nicht was jetzt kommt der nächste schon wieder was soll ich noch machen macht der geschossen wo bist du nicht dass ich gesnipet habe oder so ey ey dieses drecksemblem alter ich habe es nicht gefunden ja ja kommen 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 ja ich bin beim krater da da wo das erdteam war oder oder ja das ist es oder nicht leider habe ich es jetzt nicht richtig gesehen jetzt kann ich richtig nice gesnipet werden freut mich auf jeden fall ey ich hoffe ich schaffe noch den ebchen oder so ich wollte eigentlich nur die aufträge machen da ein bisschen so rumlaufen schön dann wenn jemand von mir kommt einfach zack zack besuchen zu erledigen aber irgendwie ist jeder dort hingekommen auf einmal hier ist jemand drin oder vorbei ich habe halt keinen bock auf diese sniper fuzis also ohne schwaß aber high ground würde ich auch gerne haben jetzt wird ein bisschen schwer kule ja das ich Vielen Dank. Ich muss eh runter. Servus, Kollege. Oh, shit, ja, müthig, kann man nichts machen, ey. War eine geile Runde, aber... Okay. Habt ihr wenigstens noch reden lassen. Oh, man. Du musst doch keine Angst haben. Kämpf doch einfach nur, ey. Hey, was mit dem? Alter, Maul. Moruk, was geht? Juhu, von beiden Seiten, oder was? Na ja, egal, Leute, das war's mit der Folge. Vergiss nicht, BW Tuket24 kommt auf jeden Fall. Am Sonntag, denke ich. Aber nein, am Sonntag kommt's, glaub ich, raus. Und am Montag wird es wieder hochgeladen. So, glaub ich. Ich weiß jetzt nicht, wie das nochmal war. Oder am Dienstag, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich hab drei Tage früher im Zugriff. Seid auf jeden Fall dabei. Seid auf jeden Fall gespannt. Abonniert, aktiviert die Glocke. Lasst eine Bewertung. Da schaut unten in der Videobeschreibung. Da ist alles verlinkt. Adel.